Wo kommt das Krieg nach? Ah! Scheiße! Alter! Geh weg! Hallihallöchen meine Freunde der Natur Natur und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Forest Yo Was haben wir denn zu tun? Wir haben uns ja hier in der letzten Folge in kleine Hüchen gebaut damit wir hier etwas flexibler sind mit dem Speichern und Schlafen und 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 Scheiße, jetzt muss man wieder zurück Wo? Trinken? Äh Scheiße Ja Äh Äh Ach Halt mal schon noch durch So Guck mal nochmal in das Ureinwohner Dörflein Gibt es hier irgendwas Smoothes? Ah! Stimmt! Ach da sind wir Ah! 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 Okay! Okay! Ah! 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 Aha! Okay! Ja Ja, aber gehen wir mal zurück Mal unsere Festung ein bisschen ausbauen Boa, oh sah! Oh scheiße! Ah! ela Ah! 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 Das低ah! Ah! 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 ja mal gucken was uns diese folge so erwarten wird also viel schwimmspaß gleich haben wir es na geht doch was hast du jetzt davon mit dem weg zu rennen kleines body so boah war das so weit echt krass kam mir irgendwie gar nicht so weit vor nein war erdebel 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 frisch 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 das passt ja alles noch höhle was was höhle aber ich würde sagen bevor wir hier verkacken ach quatsch mal wir verkacken noch nicht wir verkacken hier doch nicht wo waren die da so jolo alter endlich mal eine höhle alter geht's hier tief runter alter wie kann der außer puste sein alter wie tief geht's hier runter hallo 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 freizeich wow gutzendank alter schwede so wenn wir unten angekommen sind so meine freunde die feige ist leider schon wieder zu ende ah freizeich ähm das macht dir Mut hier alter oh shit moment erst mal was trinken na toll jetzt haben wir ah scheiße ah super so jetzt equipen wir mal den hotten shit so haben wir noch irgendwie bomben jawoll können wir uns ja hier eigentlich quasi mal ein paar Molotow Cocktails machen äh was waren das noch damage upgrade great great was egal na alter so mal visioniert equipment gepimpt alter da geht's ja auch mit alter später oh close was denn das moment hat unser sohnemann dingsbums nicht irgendwie so eine actionfigur gehabt oder so alter okay sonst gibt's hier nischt so oh man ich will gar nicht wissen was hier alles auf uns wartet hallo alter ist das dunkel oh fuck oh god aber irgendwie ich weiß nicht toll irgendwie sieht man mit dem feuerzeug zwar nicht ganz so gut aber boah ich kann mich gerade entscheiden irgendwie ist aber das nein nein oh der meister aller inventare wurscht oh dekorativ Tine Wittler war hier alter geht's denn hier hin ich komm hier nie wieder raus alter äh komm ich nicht sogar von da ne ne äh ich hoffe hier ist nix was boah boah ne und kleid waren hier boah geil toll sowas passiert aber auch nur boah medizin boah essen boah medizin boah was ist das so da boah trinken boah ne coole axt medizin ach ist mir einfach so da nice okay hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt alter doch zu welchem preis moment oh Taschenabwehr gleich kaputt na toll haben wir Batterien irgendwo Batterien 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 wo waren die ah Batteries nein ja Bogen natürlich los rast rastige 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 alles auf jeden Fall sehr schnell was ist das hier wo ist Plastiktorch wo ist Plastiktorch Moment oh alter ist das laut ah äh äh oh oh ah pfft äh geht's nicht weiter toll toll ich dachte hier komme ich vielleicht wieder raus aber dem ist nicht so na scheiße und jetzt alles ah wieder zurück scheiße okay Moment das schafft irgendwie auch nur ich sich in der Höhle zu verlaufen die bis jetzt nur zwei Abzeigungen hatte warte wo war wo ging's denn jetzt nochmal lang ähm ähm äh 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 ah ah ja genau da war ja auch noch was kam ich von da oder hä ah nee da war ich noch nicht hallo aha weiter ich werde in die hysterischen kreis bin ich so hässlich bin ich so hässlich wo ist der wo ist der wo ist der jetzt ab was quietschen hier so war die brawlen da unten oh alter oh warte 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 geil was quietscht hier so Leute hör auf damit boah alter wirft die gerade wo kommt das quietschen oh scheiße alter geh weg verpiss dich oh wo kommt das quietschen hier oh god alter es wird immer lauter das ist voll oh alter sonst von da oben bin verwirrt jetzt wird es leiser hä hä was quietschen hier so hässlich ah der berühmt berüchtigte penisturm das heißt wir sind in der hauptstadt angekommen da habe ich hier oben einen guten ausblick ey kommt das von hier oben hä wo kommt denn das her boah ich verstehe es nicht hä boah das ist voll ekel boah egal gehen wir weiter tut mir leid das verstört mich so mega übel gerade geht es überhaupt weiter ah ah boah ich seh hier so schlecht das ist der Hammer einfach alles mal aufsammeln ist immer gut ja ok 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 äh crouching boah macht schon Atmosphäre hier alter alter oh ein kistchen was da drin ist sodass oh high five dicker also hier geht es entlang und hier hinten geht es entlang wow na kumpel es geht bei dir ein bisschen abhängen bisschen die Seele baumeln lassen boah alter ah hier ist nochmal boah alter der Bass ist so übel hier ist hier ist Johnny boah wie viel Wege hier geht es wieder Textur entladet ok ja und das war es auch schon wieder mit dieser Folge dieses mal fast nur pure Höhlen Action würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet tschüss bis zum nächsten Mal euer Wuschel vielleicht gucken wir nochmal in die Höhle ich weiß nicht tschüss tschüss